Danny, was machen wir eigentlich mit diesem Podcast? Was passiert damit in Zukunft? Das werden wir herausfinden in dieser Folge. Mal was anderes. Ich bin gespannt. Ich weiß es ja selber auch noch nicht. Schön mit der Sprecherstimme. Ich bin immer noch ein bisschen erkältet, resterkältet, aber Gott sei Dank kommt jetzt auch noch die Allergie dazu. Daher wird noch länger eine Sprecherstimme bleiben. Okay, das ist aber... Ich mache es auch nicht mit Absicht. Das geht einfach ordentlich. Hallo Danny. Ja, lange Zeit hat man nichts mehr von uns gehört. Ja, das sind zwei Monate bestimmt, oder? Keine Ahnung. Dezember? Ja, ja, ja. Das ist schon über zwei Monate. Und wir haben uns aber bewusst dafür entschieden. Wir haben uns nicht gestritten oder so. Nicht mehr als sonst jeden Tag auch. Genau, da gehen die Gerüchte rum, haben sie sich sehr stritten. Nee, aber wir haben einfach gedacht, wir ziehen mal die Notbremse. Weil wir selber gemerkt haben, dass wir auch so an so einen Punkt gekommen sind, wo wir vielleicht auch gar nicht mehr genau wussten, was wollen wir euch jetzt eigentlich liefern? Also euch und euch auch. Deswegen gucken wir ausnahmsweise mit die Kameras. Ihr seht das ja auch schon, das ist eine Neuigkeit, wenn ihr uns jetzt auf Video seht, dass wir jetzt probieren, dem Joe Rogan den Rang abzurennen quasi. Was nur noch wenige Tage entfernt ist. Wenige Tage bis Wochenende. Richtig, genau. Dann wird Joe Rogan unter unserem, wie heißt das da, unter der Fußsohle unseres Stahl-Kappenschuhs zermatscht. Es gab da so einen richtig schönen Begriff für. Eine Metapher, meinst du? Ja, aber fällt mir jetzt nicht ein. Ich kenne sie nicht. Ja. Was waren, also kannst du dich noch erinnern? Das ist ja auch schon wieder ein bisschen länger her, unser Gespräch darüber, wie es weitergehen soll. Ja, ich kann mich erinnern, dass wir zwei- oder dreimal hier Folgen gemacht haben, nämlich die letzten Folgen. Einer hieß sogar, glaube ich, Content-Zwang, wo wir wirklich lange vorher überlegt haben, über was wir überhaupt reden wollen. Und lange heißt dann wirklich auch zwei, drei Stunden. Wir kommen ja hier hin und wir müssen ja erstmal über die Welt reden, Gott und die Welt, aber dann reden wir auch über den Content. Und das war enorm lang im Vergleich, dass es schon so spät war, dass wir eigentlich gar nichts mehr machen konnten. Ja, genau, richtig, richtig. Vor allem, wenn du dann so lange überlegst, hast du ja auch gar nichts mehr im Kopf, was du danach noch sagen kannst. Nee, 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 ja, 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 ja. Und das war halt mehrfach und es war bei mir auch so, dass ganz klar, was wir die Jahre vorher immer hatten, dass ich dir in der Woche mal so Themen geschickt habe und diese ganzen Geschichten, mir fiel einfach gar nichts ein, worüber ich tatsächlich reden wollen würde, weil, keine Ahnung warum. Also vielleicht erlebe ich auch einfach nur noch zu wenig, das kann natürlich auch sein, so als Einsiedler, verlasse ich ja diesen Raum nie hier. Und zumindest war es dann immer so, dass ich irgendwie entweder gesagt habe, weiß ich nicht, interessiert mich nicht oder hat mit uns nichts zu tun. Also es waren dann irgendwelche politischen Themen oder irgendwas, wo wir aber beide gesagt haben, das ist nicht der Podcast dafür oder da weiß ich zu wenig drüber oder du zu wenig. Und man tendiert, glaube ich, auch dann manchmal zu oft dazu, so zu wirken, als wollte man irgendwas vertreten, also eine bestimmte Richtung oder so. Und das ist ja immer das Problem, generell auch beim Kunstmachen, wir beide kennen das ja, dass einem unterstellt wird. Also bei mir ist jetzt wieder klassisch, warum, wie kann man noch Rammstein-Songs, Weihnachtssongs machen? Wirklich? Das habe ich ja jetzt eine Zeit lang gemacht, so im Stil von Rammstein. Da gibt es ja immer wieder Kommentare, die dann sagen, wie kann man das machen nach alledem, was man doch weiß über... Und ich sage dann immer, ich habe da vier Stunden hier mit dir drüber geredet, ich werde dir jetzt nicht noch weiter drüber reden. Also hört euch das an oder halt nicht. Und da wird einem dann ja doch sehr schnell immer unterstellt auch so, du bist jetzt wohl dafür oder bist dafür. Selbst wenn du versuchst, in unserer guten alten Manier möglichst verschiedene Sichtweisen einfach zu zeigen, ist man dann doch immer mal wieder der Böse, der sich vielleicht dann von irgendwas nicht distanziert hat oder keine Ahnung. Also du weißt ja, es ist einfach wahnsinnig schwierig, vielleicht war es aber auch schon immer schwierig und das ist ja auch was, was wir immer rausfinden wollen. Konnte man noch nie alles sagen, darf man jetzt nicht mehr alles sagen, die klassischen Talking Points. Und die, ja, die wissen wir auch durch die Talks über Rammstein, über Pantera, das wurde ja auch irgendwie immer politisch angrenzend. Also das hat immer irgendwie sowas mit Politik zu tun und unser Credo ist ja hier auch immer, Künstler müssen ja gucken, dass sie so weit es geht wie möglich von politischer Agitation fernbleiben. Also dass sie nicht im Namen von irgendeiner Seite sprechen. Also jedenfalls ist das meine Einstellung, aber da gibt es ja unterschiedliche Einstellungen. Reden wir immer wieder drüber und das war ja auch so ein Punkt, wo wir, glaube ich, gemerkt haben, wie du eben gesagt hast, darüber jetzt hier zu reden, das passt irgendwann auch gar nicht mehr zu dem, was wir ursprünglich machen wollten. Und dann haben wir wieder darüber nachgedacht, was wollen wir denn eigentlich machen. Was wollen wir eigentlich machen, genau, richtig. Und dann sind wir auch irgendwie so drauf gekommen, dass wir ja eigentlich sehr wenig über Musik reden. Tatsächlich, weswegen wir halt auch überlegt haben, wollen wir das Ganze umbranden, also um das in Marketing-Sprech auszudrücken oder wollen wir, wollen wir, wie soll ich das denn sagen, wollen wir die Inhalte grundlegen, in eine etwas andere Richtung lenken, wollen wir mehr über EQs reden oder sowas oder mehr über, was weiß ich, Verzerrer. Die besten Plugins, die Top-5-Plugins. Richtig, genau. Dafür auch immer. Ja, und das ist bei uns ja zum Beispiel gerade nicht so, dass man halt mal die Top-5-Wege, wie du irgendwas machen kannst. Ja. Das haben wir ja ab und zu mal aus Spaß gemacht mit, also fand ich sehr wenig Erfolg. Also wenn es irgendwann eine Zehn-Gründe-Liste gab, dann haben wir A, darin versagt, da eine reißerische Top-10 draus zu machen. Und B, war das für unser Publikum immer eher uninteressant. Das heißt, die Sachen, die sich in interessanteren Zahlen, also in mehr Zahlen, also mehr Leute haben sich das angehört oder mehr Leute haben uns Feedback gegeben, diese Kombination war eigentlich immer bei schwierigeren Themen. Ja, ja. Und Themen, die vielleicht jetzt nicht in der Tiefe so öffentlich besprochen werden. Das kann ich nicht sagen, ich bin ja nicht in der Öffentlichkeit. Ich weiß nicht, was die anderen machen. Also ich glaube nicht, dass wahnsinnig viele Podcasts über Phil Anselmo und Pantera geredet haben, zu der Zeit, wo es dann darum ging, sollen die auf Rock am Ring spielen und so weiter. Also da bin ich mir sehr sicher, dass in der Ausgebreitheit, wir haben ja wirklich lange darüber geredet, weil wir auch immer wieder gemerkt haben, man kann da und das von da und da noch beleuchten. Und so, das glaube ich, findet so in der Tiefe nicht statt. Also müssen uns die Leute, die zuhören, einfach mal sagen, sie das woanders auch wahrnehmen. Ich habe es jedenfalls nirgendwo gesehen und man kann sich ja auch nur nach dem ausrichten, was man eben sehen kann. Ich will jetzt nicht den tausendsten Podcast über das Dschungelcamp oder sowas machen. Gibt es über sowas Podcasts? Ja, natürlich. Gibt es das Dschungelcamp noch? Ja, klar. Das war jetzt gerade. Okay. Wie ihr seht, ich bin völlig ab von der Welt. Aber für uns ist es ja auch immer interessant, es von der anderen Seite zu beleuchten. Also ansonsten braucht es uns auch nicht. Also wenn wir jetzt genau dasselbe sagen wie alle anderen auch, dann versuchen wir ja auch andere Themen zu finden, damit wir nicht wieder dasselbe sagen müssen wie alle anderen auch. Aber auch da wird es dann manchmal ein bisschen eng. Also wenn man dann guckt, worüber könnte man jetzt reden, da haben wir dann teilweise auch irgendwie nichts gefunden oder auch unterschiedliche Sachen, glaube ich, drin gesehen. Ja, vor allen Dingen auch, weil wir ja wissen, das haben wir schon mal gesagt und das ist halt auch, das ist wieder so ein Vaynerchuk-Ding, der immer wieder betont, man muss alle Sachen endlos wiederholen, weil das, was man vor einem, sechs Monaten, zwölf Monaten gesagt hat, haben sowieso nur drei Prozent der Leute gehört. Und wir sind aber doof. Wir hören nicht auf Gary Vaynerchuk, was man immer machen sollte, in meiner Sicht, sondern wir hören auf uns und sagen, ja, das haben wir ja schon einmal in zwei Jahren besprochen. Wir haben es einmal ganz kurz irgendwo, das reicht dann auch. Nebenbei, so gesagt. Ja, ja, ja. Und vor dem Hintergrund sind wir dann auch zu doof, Themen einfach nochmal blöd zu wiederholen. Ja. Weil in unserem Kopf ist das halt alles noch präsent und abgehakt quasi. Ja, genau, ja. Ja, richtig. Das ist auch so vielleicht die eingeschränkte Sicht, die man einfach von innen hat. Wir denken, wir haben jetzt schon drüber geredet und vielleicht haben wir sogar vorher auch schon mal privat drüber geredet. Ja, ja, genau. Dann haben wir da schon zweimal drüber geredet. Das ist viel zu oft. Man kann auch nicht zweimal über Sachen reden. Ja, genau. Dann könnte man noch zu anderen Schlüssen kommen. Das geht nicht. Das wäre ja gut, aber das passiert ja meistens nicht. Nee, aber ja, ich habe das auf jeden Fall auch gemerkt daran, also immer wenn ich darüber nachgedacht habe, worüber können wir reden, dann habe ich manchmal den Eindruck gehabt, dass ich dir nicht übermitteln konnte, was ich daran interessant fand und dann hast du das auch nicht aufgegeben. Das ist so wie beim Songwriting auch. Man kennt das so, du hast so einen Sound gebastelt und sagst in der Band so, guck mal, das ist der heiße Scheiß. Sowas müssen wir jetzt machen. Die anderen sitzen da nur so und, nee, fühle ich nicht. Und das ist dann, da hat man auch keine Handhabe. Da kann man so viel argumentieren, wie man will. Und man muss ja den anderen auch emotionalisieren auf eine gewisse Handhabe. Sonst kann man da nicht zwei Stunden drüber reden. Wenn die dann nicht mehr im Kopf nicken, dann ist es halt vorbei. Es ist egal, wie gut du den Sound findest. Ja, richtig. Und so ist es halt hier auch, weil wir haben ja oft auch so Deutsch-LK-Themen gehabt so ein bisschen. Also wir haben es ja versucht, auch teilweise ein bisschen überzuakademisieren. Haben wir das versucht? Ja, manchmal. Und dann haben wir wieder gemerkt, das sollte man vielleicht, das ist nicht die beste Idee. Wenn wir über Naivität reden, dann nehmen wir auch jedes Wort auseinander. Aber es ist ja, also aus meiner Sicht ist das halt auch das, was wir sowieso machen, weil wir Songwriter sind. Deswegen machen wir das. Also das ist einfach das, was wir machen. Das muss man ja nicht interessant finden. Aber wir finden es halt meistens interessant und kommen ja dadurch auch erst zu ganz neuen Erkenntnissen. Das ist ja tatsächlich etwas, was mir gerade in den letzten Tagen wieder aufgefallen ist, wie sehr diese klare Analyse von Worten oder Sätzen in mir drin ist, während es mich zutiefst frustriert, dass das bei meinen Fans nicht so ist. Das heißt, wenn ich irgendwas poste, was weiß ich, ein Q&A zu irgendeinem Song, wo ich erkläre, worum es in dem Song geht und die Leute verstehen immer noch alles komplett falsch, obwohl ich ganz klar sage, es geht um das und das, dann interpretieren sie da irgendwas rein, was man in meiner Welt da gar nicht reininterpretieren kann, weil es keine Anheizpunkte gibt. Das frustriert mich ohne Ende. Also was du meintest mit Deutsch, das ist für mich auch wirklich völlig normal, tatsächlich diese Auseinandersetzung damit. Ich sehe auch gar keine andere Möglichkeit, als sich in der Tiefe mit Dingen auseinander zu setzen. Also alles andere ist für mich auch nicht interessant. Ist dann einmal wir Fernsehen gucken. Genau, oder da kommen wir auch an den Punkt, wir haben ja ein bisschen versucht, Shortform-Content zu machen, aber das, was wir hier machen, ist ja eigentlich Longform-Content. Und das sind auch wieder so Marketingbegriffe eigentlich, aber da geht es ja nur darum, wenn man halt, sagen wir mal eine Stunde, anderthalb Stunden, zwei Stunden in der Tiefe über ein Thema redet, dann ist das auch nicht mehr vermittelbar in so einem TikTok-Video. Ja, ja, schlecht. Also deswegen machen wir es ja, wir suchen uns ja diese Langform aus, damit wir eben da auch jedes Wort sezieren können. Aber das interessiert in der Regel Leute, die schnell irgendwas konsumieren wollen, Dopamin-Hits haben wollen, interessiert das nicht. Also deswegen muss man da auch sagen, wir, wir, ähm... Drei Wege, wie ihr jede Frau kriegt. Genau, das ist halt, das ist jetzt nicht unbedingt so, also wenn Vorlesungen in der Uni so wären, dann wäre immer alle, jeder, jedes Seminar und jede Vorlesung voll. Aber die machen dann natürlich so... Das Gegenteil. Ja, das Opossum-Männchen im Kontext afrikanischer Malzgesänge. Oh, sehr, 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 sehr. Also so war Musikwissenschaft. Endlich. Nee, und dann auch in der Zeit zwischen 1911 und 13. Also richtig so genischt, aber da gibt es immer Leute, die es interessiert. Und so ist es ja auch ein bisschen bei uns hier. Und dann die große Masse an Leuten zu erreichen mit so wirklich so ganz genischten Themen, obwohl wir ja aufpassen, dass wir nicht Musikproducer-Nerds... Also hier ist es ja auch offensichtlich. Ich glaube, die Leute, die zuhören, da sind Leute dabei, die machen auch Musik, aber die... Ich glaube, die wenigsten sind jetzt professionelle Musikproducer. Ich weiß sowieso nicht, ob es es überhaupt noch gibt. Also mal abgesehen. Außer Henning vielleicht. Der ist Profi durch und durch, aber danach machen die Leute auch noch viele andere Sachen parallel dazu. Und so hat sich das ja auch weiterentwickelt. Also das Feedback, die langen E-Mails, die wir immer mal wieder kriegen, das ist ja weniger von Leuten, die wissen wollen, wie man den EQ einstellt. Also eigentlich gar nicht. Keine einzige Message war jemals darüber, bei wie viel Herz soll ich noch 5 dB reindringen. Und das ist ja auch gut so, weil... 40 dB bei 40 Hertz. Aber es ist ja auch genau das, was wir auch nicht wollen. Von daher ist ja auch alles richtig gemacht dahingehend. Und trotzdem muss man sagen, dass die... Nach 2, 3 Jahren die Frage halt ist so, wie soll das jetzt weitergehen? Und warum überhaupt? Genau. Wenn das auch alles in gewisser Weise stagniert, das ist ja... Das ist ja auch das, was natürlich für uns auch zählt. Wenn wir sowieso immer das Gleiche erzählen, was wir festgestellt haben, oder immer mal wieder das wiederholen, dann wollen wir auch im Zweifelsfall auch ein größeres Publikum. Damit wir einfach auch mehr Leuten die Möglichkeit geben können, an unserer Weisheit teilzunehmen. Die sehr, sehr endlos ist. Die endlos... Sehr, sehr endlos ist. Das muss man dazu sagen. Ich betone das bewusst. Ja. Und das ist ja halt auch so ein Punkt, wo man sich dann überlegen muss, wie kann man das vielleicht besser verdaubar machen? Kann man da Clips drausschneiden? Haben wir aber auch alles ausprobiert. Und am Ende scheint es so, dass es für uns am besten funktioniert, wenn wir ein reißerisches Thema nehmen, Rammstein, Pantera und dann sind die Leute da. Und wenn wir sagen Naivität, dann ist halt so, obwohl das eigentlich wichtig wäre, dass man sich darüber Gedanken macht, dann fällt das gleich wieder so aufs Normale. Also einfach so. Wir können die Peaks immer nur erreichen, wenn wir uns eigentlich dem anbiedern, was jeder Künstler immer... Natürlich sagt immer jeder, wir lehnen das ab, wir wollen nicht Top 3, so kannst du jeden überzeugen, deinen Song zu kaufen, keine Ahnung was. So ist eigentlich nicht in unserem Interesse, aber wir merken natürlich trotzdem, dass das Vorgehen auch ganz viel verhindert. Und deswegen ja wieder die Idee oder darüber nachdenken, wie kann man das weiter ausrichten, wie kann man das neu ausrichten. Wir haben auch überlegt, ob wir denn sogar noch Leute von außen dazuholen. Was hatten wir denn da überlegt? Achso, weil wir gesagt haben, ob wir jemanden für Clips zusätzlich einstellen. Eine Person, eine Dame hatte mir geschrieben, ob wir noch jemanden brauchen für redaktionelle Inhalte und Sponsorenakquise und solche Geschichten. Das war ursprünglich für uns völlig uninteressant, weil wir ja gesagt haben, wir wollen uns hier hinsetzen, so Mikro in einer Sekunde vor die Nase gestellt und fertig ist die Kiste. Viel aufwendiger ist das jetzt hier auch nicht mit dem Unterschied, dass da jetzt eine Kamera, also ein Handy steht auf dem Stativ. Ansonsten hat sich nicht so viel geändert. Und der Gedanke für mich war eigentlich eher darüber nachzudenken, warum wir das überhaupt am Anfang gemacht haben und ob sich das in der Form gelohnt hat und ob wir es in der Form auch weitermachen wollen. Und der Podcast, wann haben wir denn angefangen? Auch in der Pandemie, ne? 2020 irgendwie so. Ja, wie jeder Podcast in der Pandemie startet ist. Der startete für uns einfach nur als Image-Tool sozusagen. Also A, weil wir sowieso diese Gespräche immer hatten und B, weil wir gesagt haben, das ist vielleicht interessant für andere Leute und eine Möglichkeit, potenziell interessierten Künstlern oder an denen wir interessiert sind in der Zusammenarbeit, einen Einblick zu geben. Und wenn die nicht wissen, was erwartet die, können die mal zwei Folgen Podcast hören und sagen, also dieser Sami ist ja unerträglich und der Danny, ne, lange Haare geht bei mir bei Produzenten nicht. Noch unerträglich. Oder eben das Gegenteil, das sind ja die besten Typen der Welt, mit denen müssen wir arbeiten oder irgendwo dazwischen. Ja. Das war die ursprüngliche Idee und das hat auch auf eine Art und Weise funktioniert, nämlich dass es jetzt circa 1000 Stunden von uns gibt oder vielleicht 500, wo Leute sagen können, das höre ich mir an und finde raus, wie die Typen so drauf sind. Ja. Was es nicht getan hat, ist als Werbung für uns als Produzenten zu dienen, weil wir immer weniger produzieren wollen. Ja, also das ist genau, das ist eine Parallelentwicklung. Richtig. Ich sage das, ich habe das auch gerade wieder, als ich ein Interview gegeben habe, was für interne Zwecke ist und es ist auch nicht wichtig, wofür, aber ich habe mit relativ vielen Leuten aus der Musikindustrie, aus der Software- und Hardware-Industrie geredet und da auch wieder festgestellt, ja krass, du machst so viele Sachen, du kannst nicht sagen, du bist Musikproduzent einfach so. Weil mir wurde die Frage gestellt, wie würden sie das so gewichten, 50% Musikproduktion, 50% Content Creation und da muss man ja eigentlich sagen, wir sind ja absolute Content-Maschinen geworden. Ähm, ich meine, ich mache genauso, ich glaube, ich mache genauso viel Musik wie vorher, aber die ganze andere Zeit, wo ich mich vorher vielleicht ausgeruht hätte, mache ich dann leider auch noch Content. Ja, ja, ja. Und unabhängig davon, dass das natürlich auch nicht der gesündeste Lebensweg ist für die nächsten 30, 40, 50 Jahre, haben wir halt beide auch so festgestellt, naja, letzten Endes betreuen, ich nenne es jetzt mal betreuen, die Leute, die zuhören, sind die Leute, die wir betreuen. Nennen es mal so, ich weiß, das klingt so ein bisschen übertrieben, aber die Leute, die wir betreuen mit unserer Information, sind ja im weitesten Sinne kreative Menschen, also im weitesten Sinne. Man ist ja auch kreativ, wenn man sich überlegt, wie plane ich meinen Tag, das finde ich auch kreativ, aber es ist jetzt nicht irgendwie so, mehr so hart genischt auf das Musikmachen, weil es für uns selbst halt auch eigentlich nicht mehr ist. Und es ist es als Basis, aber... Dass ich mit den meisten Musikern gar nicht mehr arbeiten will. Also, ich meine jetzt nicht Profimusiker, was weiß ich, Eisbrecher oder so, mit denen kann man gut arbeiten, weil die machen das lang genug. Aber mit, ich sag jetzt mal, Rapper pro X, der seine erste Single aufnehmen will, das wollte ich vor zwei Jahren noch. Und irgendwann habe ich gemerkt, nee, das muss ich jetzt irgendwie tatsächlich in den meisten Fällen nicht mehr haben. Oder irgendwelche Sängerinnen, die ich für sehr talentiert halte, die ich dann aber erstmal überreden muss, dass sie auf die Idee kommt, sich doch mal einen halben Nachmittag hier hinzusetzen, um Songs zu schreiben. Und dabei das Handy mal wegzulegen und so, das hat sich halt auch ergeben in der Zeit, so ab 22 dann, 22, 23, dass ich gemerkt habe, dass ich in einem bestimmten Rahmen gar nicht mehr mit Musikern arbeiten will. Also, wenn sie nicht ein Level überschritten haben, wo die Eigenverantwortung und die Eigenleistung und die eigene Fähigkeit so ist, dass das auch Sinn macht. Ja, ja, weil man ist ein bisschen wie ein Label geworden, wie so ein Major-Label. Wir gucken jetzt erstmal, was kriegen die Leute eigentlich alleine schon mal hin. Richtig, ja. Das ist aber wirklich, das zeigt ja auch, was für ein Feuer in einem brennt. Wenn man halt zehn Jahre Musik macht und nicht mal eine Online-Präsenz hat, dann ist es ja in Ordnung. Man darf sich dafür entscheiden. Aber für die Leute, die dann da dran mitarbeiten sollen, ist das eher ein Zeichen dafür. Also, das ist jetzt dann so ein bisschen so Roulette spielen. Einfach so, wird das was, wird das nix. Während ich das jetzt auch wieder feststelle über TikTok und so weiter, Musik heranführen an Leute, die eigentlich kreativ sind, ist viel einfacher. Und mit denen Songs zu machen, also bringt halt viel, viel mehr auch, natürlich muss man da auch in Aufmerksamkeit messen. Ich will ja nicht Musik machen, die keiner hört. Ja, klar, klar. Aber das bringt viel, viel mehr, als zu einem Musiker zu gehen und mit denen Musik zu machen. Also, verstehst du? Zu kreativen Leuten zu gehen, die sowieso Schauspielen und keine Ahnung was. Das ist, also das bringt einfach mehr, tatsächlich. Also, es macht auch mehr Spaß dann, weil du auch merkst, dass die Leute einfach auch eine eigene Initiative haben und nicht so deprimiert sind davon, dass das alles nicht funktioniert. Aber das will ich jetzt auch niemandem vorwerfen, aber es ist halt einfach so, für uns, wir werden ja auch immer älter und irgendwann muss man sich halt auch mal überlegen, will ich jetzt nochmal 20 Jahre jemanden aufbauen? Und ich glaube auch, das ist so eine Sache. Vor allen Dingen, wenn man nicht merkt, dass die Person sich selbst aufbauen wird. Genau, ja, genau. Und da, also gerade auch seit der Pandemie, viele haben dann einfach angefangen, Content zu machen und bei manchen hat es einfach funktioniert. Die machen dann auch weiter. Und aus der Musikerwelt hört man halt immer noch so dieses Gejammer, ganz viel. Auch wieder, das will ich niemandem vorwerfen, das ist anstrengend alles. Ist halt aber immer die Frage, ob Jammern nachher die beste Taktik ist, um es zu verbessern. Und wenn das dann beim Jammern bleibt, dann ist es halt auch irgendwann nicht mehr eine Umgebung, in der, also ich mache ja nicht Musik, um mich da hinzusetzen und zu sagen, ist alles so schlimm. Sondern ich möchte mich ja gerne, ich möchte mich ja heilen in irgendeinem Sinne. Und mich nicht immer weiter in so eine Ecke schieben, wo ich so sage, ach, ich armer Tropfen. Ja, ja, ja. Also habe ich lang genug gemacht. Das muss dann irgendwann mal aufhören. Und ja, ich glaube auch diese Entwicklung, die ist halt auch nicht an uns vorbeigegangen. Also darum geht es ja hier immer. Wir sagen das ja immer, alles entwickelt sich oder entwickeln ist vielleicht auch nicht immer das richtige Wort, aber verändert sich permanent und zerfällt. Genau, zerfällt. Und so zerfällt und entwickelt sich alles, was wir hier machen und unsere Intentionen, das, was wir machen können auch und auch das, was wir machen wollen. Und deswegen ist es, glaube ich, auch vielleicht so exemplarisch für andere Leute, die sich wieder in einer Umstrukturierung befinden. Ist ja völlig egal, was man macht, anderer Job oder sonst irgendwas, das zu beobachten. Also so ist, finde ich, das kreative Leben ist, sich immer wieder neu anzupassen an alles, was passiert. Man denkt drüber nach, wie viel KI-News wir jeden Tag sehen. Ich nicht mehr. Nee, also irgendwann hört man ja auch wieder auf. Also wie viel Entwicklung auch da in den letzten Jahren war. Und da sind wir dann ja, also da kann man ja gar nicht mehr sagen, wir sind nur Musikproduzenten. Weil wir machen ja Videos und alles Mögliche. Allein Unreal, unser ewiges Thema oder Greenscreen-Kram drehen und so. Das ist halt, vielleicht ist es auch einfach jetzt, im Moment ist es wieder eine neue Zeitrechnung für kreative Menschen. Also auch die, die früher gesagt hätten, ich bin Musiker. Ich glaube, die meisten haben das mittlerweile verstanden, dass man nicht nur Musiker sein kann. Die wenigsten können das. Vielleicht gibt es solche. Vielleicht gibt es so Pianisten, die nur Piano spielen. Das wage ich aber auch zu bezweifeln. Weil wer bucht dich denn dann, wenn du nirgendwo präsent bist? Keine Ahnung. Oder du hast halt Teams. Ein Team, das das dir abnimmt. Und das war auch das, was wir eben gesagt haben, worüber wir auch nachdenken. Weil ist es ja für uns besser, wir konzentrieren uns auf das hier und wir haben Leute, die uns dabei helfen, das weiterzubringen. Also auch da wieder, wenn ihr zuhört, wenn ihr Fan hiervon seid und irgendwelche Ideen habt, wie man das weiterbringen kann. Wir sind da immer offen. Also schreibt uns gerne. Wir haben auch schon ein bisschen was bekommen an Feedback und so weiter. Ja, vielleicht ergibt sich auch dadurch was, dass wir einfach das darstellen. Wir wollen das auch gern weitermachen. Wir haben ja jetzt auch einen groben Plan. Aber je mehr innovative Ideen, desto besser. Ja, absolut. Also wir sind da die Letzten, die jetzt sagen, wir müssen hier einen Podcast machen. Also es kann auch theoretisch was ganz anderes werden. Also ich tanze nicht vor der Kamera. Ja, das ist ausgeschlossen. Aber alles andere geht. Dafür nehme ich nur, das mache ich nur, wenn mir dafür Geld gezahlt wird. Das war fiel. Du hast ja TikTok-Creativity-Beta-Programm. Nein, nein, in den String eingeschoben. Ja, das ist mein Nebenberuf. Ich hatte früher einen angestellten Fitnesstrainer, der nebenbei Stripper war. Und das war sehr lustig, weil ich halt zufällig mal in eine Bar reinkam, wo, ich weiß nicht, welche das war. Es war eine von diesen Touristenbars auf dem Kiez. Herz von St. Pauli oder wie die Idee, Herzblut. Ja, ja. Und ich kam da irgendwie zufällig rein, weil ich jemanden suchte und dann stand da auf dem Tresen, mein Angestellter, in einem String-Tanger und tanzte. Das fand ich sehr gut. Hat mir gut gefallen. Hat ihn dann lange verfolgt bei der Arbeit. Der war aber kein Musiker. Nein, nein, der war Trainer und sehr durchtrainiert. Ja. Ja, also, die, ich glaube, in erster Linie, wenn man das jetzt nochmal rekapituliert, war es ja vor allen Dingen auch so diese, dass wir nicht mehr genau wussten, welche Themen können wir jetzt liefern, dass das auch noch interessant bleibt für andere. Und für uns auch. Und wir uns tausendmal wiederholen. Ja, genau, richtig. Das ist ja sowieso das Ding. Wir setzen uns ja nicht gerne hin und schreiben erstmal 30 Tage lang auf, was wir überhaupt alles so machen wollen oder erarbeiten das. Und wenn man das nicht macht, dann ist man darauf angewiesen, dass man Dinge macht, die einen selbst interessieren. Und wenn man nicht viel Geld mit etwas verdient oder genügend Geld, dann gibt es auch keinen wirklichen Grund, Dinge zu machen, die einem keinen Spaß machen. Natürlich in Vorbereitung dessen, aber wir haben jetzt 130 plus Folgen. Die Vorbereitung war jetzt lang genug da quasi. Das heißt, das muss schon entweder Spaß machen oder Geld bringen. Und wenn es beides nicht tut, muss man sich halt überlegen, wie man es ändern kann, damit es zumindest Spaß macht oder irgendwas anderes bringt. Und wir sind uns auch immer noch nicht so ganz einig, was das andere ist, weil wenn wir festgestellt haben, dass es für uns als Musikproduzenten nicht das bringt, was wir uns ursprünglich gedacht haben, wofür wir diesen Podcast eigentlich nutzen wollen. Aber auch der Zweck sowieso weg ist eigentlich. Wir wollen ja gar nicht neue Kunden oder sonst irgendwas dadurch. Und dass das weg ist, dann ist natürlich die Überlegung, was gibt es anderes, was man da machen könnte. Und da wir auch wirklich nicht daran interessiert sind, notwendigerweise frustrierte Musiker zu einem Plattenvertrag zu coachen, macht das auch keinen Sinn, da jetzt irgendwie ein Mentaltraining für frustrierte Musiker oder sowas draus zu machen. Das wäre ja so die nächste Sache, was man machen könnte, wenn man sagen würde, es muss sich unbedingt rentieren. Für mich ist immer alles besser, was erstmal Spaß macht und sich dann später vielleicht rentiert. Das ist übrigens auch was, was ich allen immer empfehlen würde. Wenn man Sachen nur wegen des Geldes macht, wird man eigentlich durch die Bank von demjenigen, der es auch für den Spaß macht, unter den Tisch gearbeitet. Und performt. Ja, weil der macht es halt gerne. Und wenn der freitagsabends noch zwei Stunden arbeiten muss, dann macht er das halt. Während wenn ihr das machen müsst, dann fange ich Montag wieder an. Und der Typ hat dann mal lässig freitags, samstags, sonntags Vorsprung. Und das akkumuliert sich dann über die Jahre zu so viel Vorsprung, da kann man gar nicht hinterher. Ja. Und die Leute auf der anderen Seite merken es ja dann irgendwann auch, wenn du dich hinsetzt und dich zwingst, irgendwas zu machen. Ja, klar. Ja, aber also diese Sachen kommen einfach alle zusammen, dass sich der Fokus vielleicht insgesamt für uns ein bisschen verschoben hat. Generell im Leben kann man eigentlich sagen, also im Kreativleben. Und der ganze Markt verändert sich permanent. Also worüber reden wir, wenn wir helfen wollen, dass Leute Geld verdienen können oder keine Ahnung, was sich überhaupt orientieren können als kreative Menschen. Dann muss man halt auch sehen, wie sich das Ganze die ganze Zeit verschiebt, immer weiter entwickelt. Wir wissen ja auch nicht genau, wo es hingeht. Aber das Letzte, was man da anbieten kann, ist 20 Jahre lang immer das Gleiche machen. Und das ist ja auch dieses Absurde, worüber ich auch gesprochen hatte mit den Leuten, die Software-Hardware-Entwickler sind. Das hatte ich so ein bisschen reingebracht, dass man zwar heute noch sehen kann, dass es große Bands natürlich gibt. Natürlich gibt es Metallica und so weiter, aber die kommen halt aus anderen Zeiten. Und wir können diese Acts jetzt nicht mehr aufbauen. Also es wird in 30 Jahren keine Rolling Stones-artigen Bands mehr geben. Vielleicht vereinzelt noch, aber es ist jetzt nicht mehr die Zeit, darüber nachzudenken, will ich in 30 Jahren noch dasselbe Riff immer spielen vor Leuten. Natürlich, irgendwie gibt es das. Und vielleicht ist es jetzt auch im Moment hier kulturell so, dass hier alles sehr schnell wird. Und vielleicht in anderen Ländern gibt es immer noch Leute, die sagen, ich starte jetzt die nächsten Scorpions und vielleicht kommt dann auch was. Ich will das auch nicht ausschließen. Aber im Moment sieht es halt eher so aus, als schiebt sich das Ganze so dahin, alle wollen gesehen werden um jeden Preis. Und dann ist es auch fast egal, wofür man gesehen wird. Und wenn es egal wird, wofür man gesehen wird, dann werden die Dinge halt immer trendiger, immer hypiger und haben dann auch weniger Langlebigkeit. Absolut. Und das merken wir ja auch in dem, was wir machen, aber auch in dem, wie wir jetzt hier ja versuchen, eher was Langlebiges eigentlich aufzubauen. Also wenn wir über philosophische Themen reden, die waren auch schon vor 200 Jahren aktuell. Oder vor 2000. Genau, oder richtig. Oder werden hoffentlich in 200 oder 2000 Jahren auch aktuell sein. Aber da gibt es halt keine riesen Lobby dafür. Oder wie auch mal man das nennen will. Oder da gibt es genug Leute, die sich dafür interessieren, aber die können wir halt dann auch wieder nicht erreichen, weil wir halt auch wieder nicht durchbrechen können. Weil so viel anderer Kram. Weil jeder berühmt werden will, jeder hat einen Podcast, jeder macht Musik, jeder hat TikTok. Und die meisten machen es leider schlecht. Das auch noch. Heißt also, wenn man da drin ist in der Masse, man macht einen Podcast, dann ist es egal, ob der gut, mittel oder schlecht ist. Es wird direkt erstmal erwartet, dass er schlecht ist, weil fast alle Podcasts schlecht sind, weil es einfach so viele gibt. Das ist ja einfach nur eine Verteilungsfrage. Genau, bei Musik ist es doch auch so, wenn dir jemand Musik schickt, ey, hör mal rein, da denkst du ja auch dreimal drüber nach, warum soll ich dir da rein? Musik ist meistens heute scheiße. Ja, genau. Und wenn ich Spotify Top 100 anmache, auch da sage ich mir, ich brauche jetzt nicht weiterhören. Heute ist übrigens ESC-Vorentscheid, also wenn ihr das hört, ist es schon wieder durch. Ah, okay. Deutscher Vorentscheid, da weißt du ja auch. Ich weiß nicht mal, was für ein Tag ist. Samstag, Freitag? Freitag, ne? Ich weiß ja nicht, wann es rauskommt. Ja, wahrscheinlich Montag dann. Ja, aber ne, heute ist das und auch da weiß ich ja schon, also wir haben ja schon eine Analyse gemacht vom letzten Jahr, könnt ihr gerne mal angucken. Ich habe es noch nicht angehört, deswegen weiß ich nicht, was mich erwartet, aber ich wüsste auch, wenn ich selbst schon reingehört hätte vorher, auch nur eine Sekunde, würde ich mir die Sendung schon nicht mehr angucken, weil ich schon wüsste, was da kommt. Ja, klar. Und das ist ja auch ein Armutszeugnis eigentlich für Content generell. Also wann hörst du oder siehst du nochmal irgendwas, wo du sagst, oh, da bin ich jetzt aber mal interessiert, wie das noch so in der Tiefe ist. Egal was. Also bei Büchern ist es vielleicht nochmal was anderes, weil da weiß man auch, da musste jemand zumindest einen Verlag finden, damit, also nicht immer, es gibt ja auch dieses Print on Demand und so, aber wenn es ein Verlag ist, weiß man immer noch so, das musst du noch irgendwo durch, aber wenn es released in Musik ist, über DistroKid, bei Spotify, da kann ja jeder was hochladen. Bei YouTube kann jeder was hochladen, jeder kann Podcasts hochladen, also ist auch da natürlich, weil Entry-Level so niedrig ist, ist da halt so viel unnützes Zeug, das ist unfassbar. Also das ist auch, glaube ich, der Grund, warum es so viel Shortform-Content gibt, weil die Plattformen gar nicht anders hinterherkommen würden mit der Kurierung. Also das müssen die Leute selber machen, die gehen da schnell durch. Und da hast du, also es ist ja auch nicht so, dass diese Plattformen oder die Algorithmen im Moment schlecht funktionieren. Ich finde eigentlich schon, dass die gut funktionieren. Also man findet ja immer mal Content, der gut ist, aber es sind eben auch zehntausend Sachen, die scheiße sind. Das sind ja. Und da müssen wir halt auch noch durchbrechen. Und das können wir nur, wenn wir halt eigentlich das Vollzeit machen. Also ist ja eigentlich so. Also wenn du das wirklich, einen Podcast nach vorne bringen willst, musst du es eigentlich Vollzeit machen. Am besten zwei Leute und dann über zwei Jahre so, ohne damit Geld zu verdienen. Und das ist halt die Frage, wie soll man das machen? Was ich halt auch sehr, sehr schwierig ein bisschen fand, war zu sehen, wie immens die Unterschiede zum Beispiel bei der Rammstein-YouTube-Geschichte waren. Das waren ja 25 Mal so viele Zuhörer wie sonst. Heißt also, für uns gab es bewusst ein ganz klares Zeichen. Es gibt ein Publikum, was sich sowas anguckt und anhört. Man muss die aber erreichen mit einer Form von, mit einer Verpackung, die nicht die ist, die wir machen. Und das liegt unter anderem auch daran, dass wir faul waren und uns ja gar keine Gedanken drum gemacht haben. Es ging uns ja wirklich erstmal darum, das so einfach wie möglich zu machen, dass wir uns über ein Thema unterhalten, was uns interessiert. Und darüber haben wir jetzt auch angefangen nachzudenken, ob es sich lohnt oder ob wir das machen wollen, dass wir bewusst eine andere Darbietung wählen. Zu einem Teil haben wir gesagt, ja, machen wir, deswegen steht diese Kamera da, damit es auf YouTube zumindest erstmal interessanter aussieht, ist das falsche Wort, aber damit man was zu gucken hat und nicht nur von einem Bild geleitet wird. Weil ich meine, Joe Rogan, da passiert auch nichts. Da sitzen zwei Typen rum und reden und das ist es. Aber es wirkt, glaube ich, realer, als wenn man das nur hört. Also zumindest für manche Menschen wirkt es dann realer und nahbarer. Und ich meine, wir wissen ja auch durch KI und so, haben wir vorhin auch wieder drüber geredet, theoretisch könnte das alles KI generiert sein. Wenn es mit Video ist, ist es ein bisschen schwieriger, zumindest das so herzustellen. Keine Ahnung, ob das so ein bisschen unterbewusst irgendwann dann auch alles so mit da reinkommt. Nächste Woche dann drei Wege, wie ihr jede Frau kriegt und nicht impotent bleibt und reich werdet. Nicht impotent bleibt. Muss man ja, man bleibt seit, keine Ahnung, wenn man die Frau kriegen will, darf man nicht impotent sein. Und reich. Ja, richtig. Wenn ihr das alles geschafft habt. Dann geht es ab in den Himmel. Genau. Zu Petrus oder wer auch immer da am Tor steht. Okay, genau. Ja. Auf jeden Fall wird die nächste Folge jetzt wahrscheinlich noch nicht regelmäßig kommen, weil wir halt noch im Austarieren sind. Aber die Bemühung ist natürlich dann, wenn es dann weitergeht, dass es hoffentlich auch regelmäßig ist. Aber mein Traum wäre irgendwie, wenn man irgendwann mal wieder loskommen könnte von dieser Regelmäßigkeit. Also generell, weißt du? Das ist ja auch sowas, was sich so, die Leute erwarten immer so, alle zwei Wochen kommt eine Folge. Jede Woche, also es gibt Podcasts, die ich höre. Die releasen irgendwie so einmal im Jahr und da freue ich mich immer total. Ich höre die halt trotzdem. Das ist dann aber so Hardcore History oder sowas, was so richtig researched ist. Soziologie und sowas. Ja, klar. Das ist natürlich thematisch sehr genischt und auch so, also das sind dann auch Leute, das ist ein Professor und dann noch ein anderer Typ, die über was reden. Aber das ist natürlich was, das muss man sich ja erstmal erarbeiten. So an dem Punkt sind wir ja dann auch nicht. So was wir dann sagen könnten. Einmal im Jahr eine Folge. Und die hat dann 200.000 Hörer. Das wird halt auch nicht passieren. Naja, also das ist auf jeden Fall die Schwierigkeit, heute Content zu machen generell. Und da kann sich auch jeder wieder überlegen, weil ja viele YouTuber jetzt auch aufhören. Ich weiß nicht, ob du das so mitgekriegt hast. Ich habe nur gelesen, dass Leute darüber reden, dass eigentlich YouTuber aufhören. Aber das hat mich nicht interessiert. Ich kenne keine YouTuber. Außer Rick Beato. Der einzige YouTuber, den ich regelmäßig gucke. Ja, aber wenn man eben merkt, da verändert sich was, dann die Leute, die das konsumieren, können eigentlich auch wenig machen, aber stimmt ja eigentlich doch nicht. Weil wenn das Konsumverhalten anders wäre, nämlich dass Leute, die Sachen wirklich gut finden, auch so stark unterstützen, dass die nicht so eine große Masse brauchen an Zuhörern, dann würde das ja auch wieder anders aussehen. Aber das ist ja völlig verständlich. Wie viele Leute habe ich denn bei Patreon abonniert? Niemanden. Ich habe einen. Ian Hubert. Ah ja. Ich habe vielleicht auch mal einen, aber dann mache ich das auch nicht über fünf Jahre oder so. Sondern immer nur, wenn da natürlich ein Mehrwert ist. Und ich verstehe das auch absolut. Aber es ist halt trotzdem so, oft denken, glaube ich, Menschen, wenn sie Content konsumieren, ach ja, ist ja cool und jetzt kommt das Nächste. Und also ich zum Beispiel, ja, ich als guter Mensch, zum Beispiel gibt es eine App, die gerade entwickelt wird, habe ich dir vielleicht mal von erzählt, Skyglass, das ist eine Unreal, da kannst du eine Unreal-Umgebung reinladen, dann kannst du dich filmen und du wirst ausgestanzt, also ohne Greenscreen sogar, das ist verhältnismäßig gut. Und die implementieren immer neue Features und so weiter und das ist sehr hilfreich für Content-Produktion. Okay. Und da versuche ich dann auch aktiv zu sein in deren Discord, weil da fast niemand ist so. Und wenn die sagen, gib mir ein Fünf-Sterne-Rating bei App Store, dann mache ich das natürlich. Ja, klar. Und die meisten Leute sagen sich, ach, das macht schon jemand anderes. Aber da macht es halt wieder keiner. Keiner, ja, ja. Und dieses so, das selber in die Hand zu nehmen und auch zu gucken, was will ich denn auch wirklich an Content haben, weil irgendwann ist der dann auch weg und dann, also dann geht so eine Kulturlandschaft einfach immer weiter kaputt. Ich würde es auch vielleicht größer ziehen auf Musik und so weiter. Aber das Problem ist ja, für den Normalbürger, was wir ja alle sind, wir sind ja alle nicht Bundeskanzler oder so, aber für den Normalbürger, der auch noch nicht Künstler ist, wie viele Leute kann denn da jemand unterstützen? Ja. Du hast ja, sagen wir mal, selbst wenn du Fan, richtiger Hardcore-Fan bist und du hast auch keine Geldprobleme, da kannst du doch nicht mehr als fünf bis sieben Bands unterstützen. Ja, ja, ja. Nein, das ist richtig. Das geht doch komplett über. Ja. Und die meisten von denen machen ja auch keinen interessanten Content. Ja. Das ist ja also eine der Hauptschwierigkeiten, weil nur was extra haben mit käsigen alten Remixen, die man irgendwo ausgegraben hat und schlechten Demos, die man noch auf Tape hatte von früher. Das finden vielleicht drei Leute interessant, aber das ist ja auch kein Sustainable-Ding. Ja. Was ich lange, was auch noch einen Wert für den Käufer, sag ich jetzt mal, für den Unterstützer hatte. Muss ja irgendwie frisch bleiben. Aber es liegt ja auch ein bisschen natürlich an der völligen Überflut an Content und an Möglichkeiten. Also das ist ja ein ganz großer Teil dabei, dass du ja im Prinzip, du musst ja für nichts bezahlen. Als Konsument musst du ja, also in Sachen Entertainment, sag ich jetzt mal, dieser Podcast gilt im weiten Sinne auch als Entertainment, würde ich sagen, weil das ist jetzt keine wissenschaftliche Abhandlung, vielleicht ein bisschen mehr Infotainment oder keine Ahnung was, aber irgendwie auch noch Entertainment. Und da gibt es halt so viel am Markt. Also das ist ja auch so, jeder, Pandemie, haben wir darüber gesprochen, dachte dann, ach, dann arbeite ich lieber von zu Hause aus, wie viele neue Leute irgendwie Content machen. Und vor allen Dingen, man denkt immer so, ja, das ist nur in Deutschland so. Nee, es ist auch in Holland so, es ist auch in Italien so, es ist auch in Spanien so. Und alle Länder der Welt streben Menschen, also jetzt nicht in allen Ländern, aber in vielen, zumindest in westlicheren Ländern streben viele Leute danach, so eine Unabhängigkeit. Unabhängigkeit, aber das ist natürlich auch wieder ein ganz eigener Begriff, was ist schon Unabhängigkeit, aber eben möglichst nicht im Arbeitgeber zu haben, sondern zu Hause zu sitzen und Content zu machen. Also wir sind ja klar in der Zeit, wo immer mehr Menschen gerne Content machen würden und davon auch leben wollen. Wollen, ja. Wie es bei den Musikern ja auch immer, wo wir auch mal drüber reden. Du sagst ja immer, diese Anspruchshaltung kannst du nicht ganz nachvollziehen, dass nur weil Leute Musik machen, sie auch glauben, dass sie dafür dann bezahlt werden müssten. Also es gibt ja, dass sie gut genug sind, dafür bezahlt zu werden, oder so, ja, ja, genau, da haben wir auch öfter drüber geredet. Weil wenn man richtig gut ist, hat man auch kein Problem damit Geld zu verdienen, nur die meisten Leute, da zähle ich mich auch zu, sind nicht gut genug, um ohne immensen Aufwand da Geld verdienen zu können. Was weiß ich, ich wollte jetzt eigentlich als anderes Beispiel Bad Omens nehmen, die ja riesig geworden sind innerhalb von anderthalb Jahren und dann habe ich gedacht, nein, die Band gab es ja auch acht Jahre vorher oder noch länger. Ja, und das ist, das ist halt alles nicht, nicht so mal eben. Nee, nee, überhaupt nicht. Auch wenn es suggeriert wird. Ja. Und wir sitzen ja jetzt auch nicht hier und machen interessante, also falls ihr das so findet, interessante 90 Minuten Podcasts, weil wir nicht vorher 40 Jahre gelebt haben und tausend andere Sachen gemacht haben und jahrelang, also die Menge an Büchern, die ich gelesen habe, das ist sicherlich mehr als vielleicht zehn Leute zusammen gelesen haben. Die meisten Leute haben ein Buch gelesen. Ihr wisst, was ich sagen will. Die Bibel. Da ist schon eine Menge an Vorarbeit passiert und wenn ich jetzt 2020 gedacht habe, ich werde jetzt Twitch-Streamer und dann wundere ich mich vor, ob mir keiner beim Fortnite-Spielen zuguckt, dann muss man sich halt auch nicht wundern irgendwie. Ich meine, wir machen das hier ewig und es bringt trotzdem kein Geld. Das ist halt ein Zusatzding, was wir machen. Ja. Man muss auch kein Geld bringen, das ist nicht der Gedanke, aber die Idee, dass alles sich immer rentieren und monetisieren lässt, ist zumindest auf kurze Strecke ist es nicht sehr realistisch. Ja. Das muss man langfristig, wenn man das auf 30 Jahre ansetzt, können wir das hier fünf Jahre machen und dann sagen wir, was machen wir denn hier, um da Geld rauszuschlagen? Und dann müsste man halt überlegen, das was wir jetzt überlegen, zum Beispiel, wie kann man das ganze, ich sag mal, Produkt verändern, dass es zumindest erstmal eine weitere Menge an Leuten erreicht, völlig unabhängig vom Geld. Ja, ja. Und das sind Überlegungen, die machen die meisten Leute halt nicht. Nee, absolut. Und wir müssen halt auch rausfinden, wie weit wollen wir uns aus dem Fenster lehnen. Richtig, genau. Und was ich ja immer sehr spannend finde aus unserer Sicht, das haben wir einmal gemacht, was sagen deine Kommentare über dich? Das haben wir ja mal über Rammstein gemacht. Ja, genau, richtig, ja. Das finde ich einen sehr interessanten Ansatz, weil das, im Internet ist es einfach so, die Leute werden da reingeworfen und dann glauben sie, dass es wertvoll wäre, wenn sie dann noch was dazugeben, Kommentare und so weiter. Ja, ja, genau, richtig. Und diese Betrachtung, was das eigentlich auch ist, dass sie am Ende, das geht ja nur darum, also das muss man auch immer sehen, es geht ja am Ende nur darum, ein Profil von euch zu erstellen, damit man euch was verkaufen kann. Und sei es vor euch selbst. Ich hab's dem aber gegeben. Ja, 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 und das ist nicht der einzige Grund, aber so diese Bewusstmachung von, letzten Endes, das ist so ein bisschen, ich komme mir da ein bisschen wie so ein Lehrer vor, das ist ein bisschen so Medienkompetenz. Ja, ja, ja. Das ist auch so ein Begriff, ich kann den auch nicht mehr hören, aber so richtig macht das auch irgendwie niemand. Also, weißt du, so richtig, zumindest kriege ich das nicht so mit. Du meinst vermitteln von Medienkompetenz? Ja, genau, vermitteln von Medienkompetenz, aber das sind ja, da kommen ganz viele Sachen zusammen. Also, wir können das nur machen, weil wir selber ja auf der Seite der Manipulation auch waren und auch sicherlich immer noch sind. Du meinst als Manipulatoren selbst? Man kann sich das immer so oder so framen, aber wenn man online kommuniziert, dann muss man so kommunizieren, dass die Leute das auch hören wollen. Ja, klar, logisch. Wenn du nur sagst, hallo, also wenn du einen Tweet schreibst, hallo, dann musst du vorher schon ein Following aufgebaut haben, damit die sagen, hallo, ansonsten kommt da gar nichts. Und dann musst du dir halt Gedanken machen, wie baust du das auf? Die Marke Faderhead, das ist ja, also ich frame das jetzt böse. Ich könnte natürlich auch sagen, du hilfst den Menschen, dich zu finden. Wir können das auch so framen. Was? Ja, aber Manipulation wäre in dem Moment, wenn man das Böse nennen würde, wir sind eine Band und wir suchen uns unsere Outfits aus, damit wir gut aussehen, damit die Leute kommen. Ja. Könnte man ja auch Manipulation nennen. Ja, klar, logisch, ja. Aber man könnte es auch positiv framen und sagen, du hilfst den Leuten, machst ihnen ein Angebot, damit sie dann ein tolles Produkt finden. Genau, so kannst du es auch nennen. Damit sie eine schöne Nacht haben. Eine schöne Zeit haben, was weiß ich, du willst das Leben verbessern. Aber so stellen es ja Firmen immer da. Ja, genau. Es wird ja nie gesagt, eigentlich wollen wir ja nur, dass wir ihr die Scheiße kaufen. Das sagt ja niemand. Kauft meine Scheiße. Genau, aber das wäre auch kontraproduktiv. Also muss man in gewisser Weise auch immer so ein bisschen flunkern, so ein bisschen. Ja, wobei, das ist ja jetzt immer wieder in einem ganz anderen Thema, aber ich glaube ja wirklich, dass Geld für das bezahlt wird, sei es ein Produkt oder eine Kunst oder irgendwas, was die genug Wert schafft dafür, dass jemand sagt, ich muss dafür bezahlen, ansonsten ist es weg. Weil, also angenommen, keine Ahnung, der Dyson Airwrap, ich weiß gar nicht, was das genau ist. Das ist irgendein Haargerät für 600 Euro. Ja. Ich weiß nicht, ob man damit Locken macht oder irgendeine Nummer. Alle Frauen, die ich kenne, wollen dieses Ding. Und es kostet 500, 600, 700, irgendwie ist es sauteuer. Dafür, dass es ein bisschen Locken macht, ist es Wahnsinn. Aber die Dinger sind immer ausverkauft, weil alle Frauen das wollen. Weil das Produkt so gut ist, dass es 600 Euro kostet und trotzdem immer ausverkauft ist. Das ist jetzt das Äquivalent zu einer 500 Limited Box von The Cure. Die kann man für 1000 Euro verkaufen und die ist so weg. Ja. Weil es gibt 10 Millionen The Cure Fans und es gibt mindestens 10.000 Hardcore Fans, die 500 Euro oder 1000 Euro oder irgendwas bezahlen würden. Für die ist es ein Produkt, das ist sofort da. Aber dieselbe Box von MC Bro wird halt keiner kaufen. Nicht mal für 10er. Und dessen muss man sich halt auch immer bewusst sein. Wenn das Produkt gut genug ist, kauft es halt auch irgendwer, wenn man es den Leuten präsentiert kriegt. Ja. Ja, klar. Das ist vielleicht auch eine Sache, über die wir nachdenken müssen, wie ein größerer, weil das ist etwas, was wir viel gehört haben, dass das sehr universelle Themen sind, die eigentlich jeden interessieren müssen. Ja, ja, absolut. Und da ist dann vielleicht unser Job, das Ganze weiterzutragen, als wir es bisher gemacht haben. Ja, und ich wollte darauf hinaus, dass wir dadurch, dass wir die Seite der Manipulation kennen, also um das jetzt erklärt zu haben, wir wissen, wie man manipuliert, wir manipulieren nicht. Das will ich damit nicht sagen, aber wir wissen, wie es geht. Es geht, ja. Und wir sehen immer von innen, auch bei anderen, was die eben machen. Also Content-Strategien und so weiter. Und es ist ja auf eine gewisse Art und Weise auch kontraproduktiv. Also wir schaden uns ja selbst, indem wir wahnsinnig ehrlich sind. Also verstehst du? Das ist ja das, was ich damit sagen will. Also wir gehen ja den Schritt weiter und machen uns jetzt nicht dadurch angreifbar, das will ich gar nicht sagen. Aber wir entzaubern das ja auch. Aber das finde ich ja, das ist ja am Ende des Ganzen, finde ich, also am Ende von Kunst und so, finde ich, sollte auch die Entzauberung irgendwann stattfinden. Weil sonst bleibt man halt in dieser Romantisierung der Welt. Und ich, also ich persönlich bin einfach kein Fan davon, die Welt immer so in Watte einzupacken und dann zusammen. Aber warte mal, warte mal. Ich habe eine neue Band gefunden. Die ist gar nicht neu, aber ich habe die entdeckt. Star Band, das heißen die. Das ist eine Hardrock-Band aus Atlanta. Frauen, Gesang, Frau am Schlachtzeug, zwei Typen an dem Rest. Und, also, ich bin neulich durch die Stadt hier bei dir, ein paar Straßen weiter, Wandsbecker Stoffschaussee irgendwie lang gelatscht, habe gepfiffen und mitgesummt, während ich gegangen bin. Ich kann mich in den letzten 20 Jahren nicht erinnern, dass irgendetwas mir so gute Laune gemacht hat, außer vielleicht Ghostbusters, aber dass es überhaupt Musik gab, neue Musik, die eine emotionale Reaktion in dieser Form bei mir ausgelöst hat. Und dann gehe ich da, ich bin zum Arzt gegangen für so einen Check und habe mich die komplette Strecke gefragt, wie es möglich ist oder was an diesem Song dran ist, dass das diese Reaktion bei mir auslöst. Und ich bin auf kein Ergebnis gekommen. Natürlich ist es ein catchy Hook und bla 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 und die Stimme der Frau, die das singt, ist sehr wiedererkennbar, aber das erklärt das alles nicht. Und dann, da habe ich nämlich tatsächlich gedacht, vielleicht ist das diese Magie, die Musik für die Leute hat, die nicht alles über Musik wissen, so wie wir. Also das ist jetzt ein bisschen hart gesagt, aber die nicht alle Mechanismen schon tausendmal benutzt haben, die dahinter steckt. Und das fand ich halt interessant, dass selbst ich auf einmal das Erlebnis hatte, was sonst meine Hörer oder alle anderen Musikhörer scheinbar haben, nämlich dass sie echt emotional positiv begriffen werden. Und das fand ich ganz interessant tatsächlich, weil ich keine Manipulation erkennen konnte, sondern nur irgendwas Positives. Weil jegliche Manipulation habe ich ja schon analysiert. Die Akkorde sind die gleichen gewesen wie immer, der Beat ist der gleiche wie immer. Und alles war wie immer. Und alles war gut, aber nichts war, das war jetzt nicht LSD oder sowas. Und das, ja, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, warum haben wir gerade geredet? Ich wollte nur darauf hinaus, dass wir es schwieriger haben, vielleicht als andere, weil wir das ja halt so auch entzaubern und weil wir ja noch einen Schritt zurückgehen. Also wir sagen ja nicht, ey, wir sind hier voll die coolen Dudes und wir machen voll die fette Musik und wir müssen das alle an den Dudes schon, aber ich bin ja auf der anderen Seite. Und wir teilen ja eigentlich was, was so auch, da kann ich nur wieder sagen, ich beobachte das nicht, aber korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, dass es nicht gang und gäbe, dass Leute dann doch nochmal in die Realität zurückgehen, diese ganze Fiktion von Weitem betrachten. Verstehst du, was ich meine? Also, weil das ist ja eine Fiktion, deswegen sage ich, Faderhead ist ja eine Fiktion. Ja, absolut, ja. Und du hättest das vor zehn Jahren nicht gemacht, da hättest du auch gesagt wahrscheinlich, ey, ich bin, natürlich bin ich Faderhead. Und jetzt, hier ist ja die harte... Hätte ich mit Sonnenbrille gesetzt. Genau, ja. Und hier findet ja die harte Dekonstruktion von allem statt. Also, ich, Dekonstruktion und so weiter. Und das ist ja schon wieder so schmerzhaft teilweise auch, dass ich auch verstehe, dass es auch keine Mainstream-Ware mehr, die hier angeboten wird. Vielleicht machen wir mal eine Folge, wenn wir uns mit Mikrogramm LSD reinpfeifen. Und dann machen wir eine Folge. Sorry, du wolltest gerade was sagen. Ja, nee, also, ich versuche nur zu analysieren, was vielleicht auch das sperrig macht. Ja, ja. Also, weil das teilweise so weit geht, dass es, dass so die Erkenntnisangst irgendwann kommt, wenn man dem teilweise zuhört. Das ist, also, das ist aber zu viel. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Aber das könnte sein. Ich glaube, Menschen sind sehr gut da drin, selbst wenn man ihnen auf den Kopf zusagt, was falsch mit ihnen läuft, das absolut locker wegzudrücken. Wegzudrücken, aber dann hat es ja keinen Effekt. Weil sie die Erkenntnis nicht haben wollen. Das meine ich. Ja, aber das wäre ja Erkenntnisangst. Ja, genau. Richtig. Da müssen wir uns keine Sorgen machen, dass andere Leute Angst davor haben. Aber dann ist der Kern des Ganzen verloren. Weil ja, für uns ist es ja, uns macht das ja eigentlich nur Spaß, wenn es in die Tiefe geht. Wir wollen ja nicht sagen, Till Lindemann ist doof. Das ist ja nicht unser, aber so sind ja öffentliche Dialoge. Till Lindemann ist doof und du musst ihn jetzt auch doof finden. Oder er ist gut, du musst ihn jetzt auch gut finden. Das ist ja nicht unser Ding. Und dieser Lieblingsbegriff Ambiguitätstoleranz, die muss man sich ja erarbeiten. Und ich glaube einfach, das ist nicht jeder Mann-Fraus-Ding. Verstehst du? Weil das ist halt, das ist nicht so angenehm. Das ist nicht so angenehm, auf einmal festzustellen, wie die ganzen Musiker, die wollen nur, dass ich deren Musik kaufe. Ich dachte, das wären meine Freunde. Das ist doch nicht angenehm, oder? Ja, ich glaube, wenn man das denkt, dann ist das nicht angenehm. Das stimmt. Das ist ja auch wiederum nicht so. So einfach ist es ja auch nicht. Aber es ist ein Teil von vielen Dynamiken zwischen Fans und Creatoren. Also ich meine, wie viele Leute denken, sie wären der beste Freund von Montana Black. Aber das liegt halt nur daran, weil sie ihn immer abends gucken und er halt so offen mit denen redet. Wo streamt ihr? Auf Twitch? Okay. Das muss ich mir vielleicht mal angucken. Ja. Ganz schlechte Laune kriegen. Keine Ahnung. Kann ja alles unterhaltend sein, aber das ist halt die Frage. Interessanterweise, wann ist der so populär geworden? Vor der Pandemie? Während der Pandemie? Nein, vor. Vorher schon. Okay, der ist schon lange dabei. Aber auch zufällig. Also mehr oder minder. Der war dann einer der Ersten. Das ist auch viele Jahre. Hat das viele Jahre gemacht, genau richtig. Also nicht, dass er nichts daran getan hätte, sondern er hatte nichts, was andere Leute nicht hatten. Er hat einfach Game gestreamt und hat das oft gemacht wahrscheinlich, oder? Ich glaube ja, dass Menschen sich mit den Leuten verbinden, die ihnen besonders ähnlich sind, zumindest in ihrer Vorstellung. Oh, da haben wir aber Schwierigkeiten. Das kommt ja auch noch dazu. Ja, klar. Also es ist bestimmt nicht immer so, aber es ist oft, glaube ich, so, dass man sich da hinsetzt und dann sagt, ich gucke doch lieber jemandem zu, der so ist, wie du mal gesagt hast, über diesen Fitnesstypen, wo du dich erkannt hast als junger Mensch. Ah, ja, ja, genau. Ich weiß nicht, wie er heißt. Sam Sulek. So, und das kann halt auch viel verbauen. Deswegen geht es darum, immer weiter zu gucken, wo sind so die Ansätze, wo kann man die Leute manipulieren, dass sie das hier auf einmal doch gut finden. Ja, 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 ja. So. Schaut auf diesen Finger. Genau. Oder wir hängen hier hinten so eine Scheibe, die sich immer mit... Diese gekreisten Rot-Weißen. Die könnten wir aber auch einblenden. So ein GIF, wo sich immer dreht. Hast du nicht noch so Hypnose-Techniken drauf? Ja, ja, klar. Könntest du das nicht einmal... Das funktioniert ja nur, wenn die Leute mitmachen. Ja. Funktioniert leider nicht unfreiwillig. Schade. Und da können wir auch mal eine Folge darüber machen, wie man sich selbst hypnotisiert, um Antworten auf tiefer liegende Fragen. Das muss ich dir nachher noch erzählen. Okay. Persönliche Sache würde ich jetzt nicht erinnern. Okay. Aber das war schon sehr faszinierend. Ja. Und ja, das ist vielleicht was, was wir in Zukunft machen können. Ja, ja. Wie hypnotisierst du dich, um reich und problemfrei zu werden? Aber guck mal, wo du das sagst, das ist, glaube ich, auch ein bisschen das, was ich da für mich rauskristallisiere. Wir haben ja immer mal selten, aber kriegen wir auch Feedback, wo es dann heißt, ihr seid ja XYZ und deswegen kann ich euch nicht mehr hören. Ja, ja, ja. Selten. Wirklich selten. Aber es passiert. Wir haben irgendwann die E-Mails nicht mehr gelesen, weil sie fünfmal geschrieben hat, sie hört jetzt nicht mehr zu und sie schreibt auch nicht mehr und dann kamen die nächsten E-Mails. Ja. Landeten irgendwann dann im Spam. Schön. Das ist halt, das passiert halt auch und man kann aber, finde ich, daraus auch ein bisschen lesen, dass es natürlich so ist, je mehr Leute zuhören. Scheiß. Und je mehr das in die Tiefe geht und desto missverständlicher wird das auch oft. Ja, absolut. Und das ist ja auch was, deswegen sage ich halt auch, das kann auch sehr negativ sich auf uns auswirken, weil wenn Leute was missverstehen wollen, dann werden sie es ja missverstehen. Und dahingehend ist es auch so, dass je öffentlicher man was macht, desto angreifbarer wird man halt. Also die haben ja jetzt keine Relevanz in der Größe, dass sich Leute darüber aufregen würden, weil ja niemand wüsste, wer das ist. Ja, ja. Aber auch das ist so eine Sache, je tiefer das einfach geht, desto angreifbarer wird das Ganze. Und auch da muss man sich halt immer überlegen, inwieweit schadet das dann auch wieder meiner Möglichkeit, Kunst zu machen vielleicht auch. Also das sind ja auch so Sachen, die muss man immer mal wieder bedenken für sich selbst. Für euch macht das jetzt keinen Unterschied, aber für uns. Für uns macht es einen Unterschied, ja. Ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt, ob Menschen sich melden und Ideen haben. Ja, gerne. Auf die wir noch gar nicht gekommen sind. Das war eben so ein bisschen mehr so ein Nebensatz, aber das ist schon ein bewusster Aufruf. Wenn ihr Ideen habt, was wir so machen könnten, und damit meine ich jetzt halt nicht so ein Segment oder so, obwohl das auch okay ist, dann meldet euch gerne bei uns und dann schauen wir mal, ob das was für uns ist oder nicht. Genau. Ja. Und wann jetzt die nächste Folge tatsächlich rauskommt, das wissen wir noch nicht. Wir haben uns aber schon einige Gedanken diesbezüglich gemacht und werden das so ein bisschen ausbaldovern, wie man so... Das habe ich noch nie gehört, aber gut. Doch, das ist so aus Donald Duck Heften. Wenn die Panzerknacker immer irgendwie sich vorbereitet haben, irgendwas auszurauben, dann mussten die erstmal die Lage ausbaldovern. Keine Ahnung. Das habe ich noch nie gehört, oder? Das habe ich noch nie gehört, okay. Keine Ahnung, als Kind kannte ich das Wort. Und schreibt uns, wenn ihr das Wort kennt. Und dann wird natürlich dieser Podcast wieder in eurem Podcast-Feed auftauchen. Ja. Und vielleicht dann mit einem brillanten, mit einem brillanten neuen Konzept. Ja. Und unsere Stimmen werden von AI so verändert sein, dass ihr uns nicht wiedererkennt. Ja. Damit was Neues ist. Ja. Eben. Ansonsten bleibt das gleich. Ja. Nur die Stimmen. Gut. Gut. Dann haben wir erstmal das alles abgefrühstückt. Genau. Weil wir so viele Fragen gekriegt haben, hoffe ich, dass wir das jetzt ein bisschen erschöpfend erklärt haben. Ja. Und bleibt uns bitte treu. Genau. Unsubscribe nicht diesen Feed. Richtig. Hört auch nochmal die alten Folgen nach. Ja. Da ist ja genug da. Richtig. Ich habe mindestens zwei Jahre noch nachzuhören. Genau. Und das hat mir eh alles vergessen. Wir hören das selber auch ab und zu mal durch. Und denken uns so, vielleicht sollte man das doch lieber löschen. Das haben wir gesagt. Das ist so schlau. Ja. Das klingt gar nicht so schlau. Das klingt gar nicht nach uns. Nee. Das haben schlaue Menschen gesagt. Ja, ja, genau. Dementsprechend. Freue ich mich dann manchmal. Ja. Gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.